Mein Name ist Luka Kehl, ich bin 17 Jahre alt. Ich spiele bei Offenburger e.V. in der Linksverteidigung. Ich bin vom SC Hochstelle vor fünf Jahren zum Offenburger e.V. gewechselt. Mein Ziel mit der Mannschaft ist der Klasse-Erhalt und meine persönlichen Ziele sind später mal so hoch wie möglich zu spielen.